hi leute und willkommen zurück in dieser wunderschönen neuen folge eibems wieder euer julian wholeort.de das hat mittlerweile fast keiner mehr gemacht aber ich habe mir gedacht gehen wir auf dieser website und werden wir mal gucken wie alt so ein paar youtuber sind gut use own photo jetzt kommt es wie alt schätzt er mich das bin ich jetzt er schützt mich 19 schreibt mal in die kommentaren wie alt ich bin schützt es einfach mal okay gut gut jetzt werden wir einen anderen youtuber machen wir nehmen nehmen wir denn dann nehmen wir mal die juden yttis die mit youtube aufgehört haben da das doch wunderschön wie alt sind die eigentlich dort gewesen die waren auf jeden fall nicht so um die trat die waren um die 20 25 so in der art ja schätze ich mal gut wir nehmen wir dann noch hier wer ist denn interessant wie schätzt der ebe crime wir nehmen natürlich die youtuber die mir natürlich gut gefallen ja das nehmen wir das auf jeden fall auf jeden fall kein gesicht drauf oder so dann nehme das foto ist noch relativ jung so wir haben jetzt ein name heraus also alter herausgefunden jengis ist 46 andres 36 und jan 31 ok wenn das die website sagt dann müsste es ja eigentlich stimmen wer es so nicht getan hat der kann natürlich einen schönen abo da lassen aber ja wenn im kopf wird immer keiner gut annehmen wir dann bio die pay ich glaube das ist noch ein relativ junges foto von seinen youtube karriere also altes könnte man eher sagen 625 weiß nicht wie alt ist er ist aber ich glaube nicht dass er 25 ist aber gar nicht so alt jetzt wie bei den anderen machen gut der letzte freute korn kraft er ist irgendwie so ich glaube das ist ein bisschen aktueller 26 erst keine 26 ist er wie alt ist er 21 20 so in der richtung 29 weiß es nicht lukas tut leid wie wir das bild auch noch mal deshalb glaube ich bisschen jünger 23 ja kommt hoffentlich ganz gut hin was mich jetzt aber interessieren würde krank 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 wie alt bist du 40 ich weiß wie alt er ist aber ist keine 40 ich leute leute jetzt noch mal leute wie schätze mein alter ihr habt mich glaube ich zum ersten mal gesehen auf jeden fall leute wie schätzt du mein alter und schreibt es mal in den kommentaren und tschüss leute ein kleines video ja